Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspieler und Zwergenfreunde, zum Biderskate Siege of Dragonspear. Ja, wir sollten jetzt mittlerweile mit dem ersten Akt fertig sein, denke ich mal. Ich weiß nur nicht, ob ich auf diese Truhe noch weiter Zugriff haben werde. Weil hier sind halt noch so viele Sachen drin. Korlas Tagebuch. Die goldenen Pondtalons, die sollte ich auf jeden Fall mal mitnehmen. Genauso wie Baldorans Helm. Baldorans Umhang, den sollte ich auch nicht hier zurücklassen. Ist auf jeden Fall besser als den Schutzumhang plus eins. Ja, Minze trägt hier schon einen roten Helm eigentlich. Dieses bequeme Bett bietet einen Luxus, wie ihr ihn in Kerzenburg nie gefunden habt. Also ja, ernsthaft, was können, sollten wir hier noch mitnehmen? Auf jeden Fall diesen Schild. Die Bolzen, das Tagebuch vielleicht noch. Ringe und so, die können wir verstauen eigentlich. Hände von Tuckock, die sollten wir auf jeden Fall auch mal mitnehmen. Und da sind noch Ringe. Die Träcke können wir alle mal hier hinpacken. Also ja, Munition und so zu ihm. Das Buch kann zu ihr, das zu ihm, das zu ihr. Äh, ja. Die Pontalots mal zu ihr. Das können wir noch mitnehmen. Armschienen nehmen wir mit. Da sind noch mehr Ringe. Steinform-Trick. Oh Gott, hier ist ja noch richtig viel. Schwertes Untergang. So, den Spinnenfluch können wir mitnehmen. Beschützer des Tals nehmen wir auch mal mit. Goldriemen. Jetzt ist Minz langsam wieder voll. Ja, tragt der Steinform. Das kann hier rein. Das kann hier rein. Das kann zu ihr. Das kann zu ihr. Gürtel nehmen wir mal mitnehmen. Den Panzer der Finster, das sollten wir auch mitnehmen. Versetzungsumhang wäre auch nicht schlecht. Worum geht es dies wie ihr wünscht? Wir lassen es erst mal so dabei. Wer auch immer den Palast angegriffen hat, wird das doch bitte bereuen. Denkt an beide Worte. Gut. Die Moen ist nicht hier drüben. Hier steht nur ein Diener. Sind die Herzöge schon ausgewandert? Sie müssen ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor sie weiterziehen können. Oder sie stehen hier unten rum. Ihr braucht nur zu fragen. Doch, sie stehen hier rum. Also Enta steht rum. Belt und... Lia. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen, Beno. Ihr habt einen langen Weg vor euch. Unsere Gebet und Hoffnung werden euch begleiten. Ich bin sicher, dass wir mit eurer Hilfe den Kreuzzug aufhalten können, bevor er noch stärker wird. Die Flamme der Faust wird unter dem Kommando von Hauptmann Corwin und Corporal Duncan mit euch reisen. Es tut mir leid, dass Herzog Aether nicht hier sein kann. Doch die anhaltende Krise verlangt anderswo nach ihm. Kann ich sonst noch mit irgendwas helfen, bevor ihr aufbricht? Welchen Weg werden wir nach Burg Drachenspeer nehmen? Ihr werdet auf den Hauptstraßen reisen müssen. Das Kontingent ist zu groß, um sich schnell über Land zu bewegen. Ihr werdet den Windlauf beim Küstenwegübergang überqueren. Von dort aus müsst ihr nur noch gerade ausgehen, um Drachenspeer zu erreichen. Ich habe nichts mehr. Würdet ihr sonst noch was wissen? Würden wir nochmal die Mission durchgehen? Bei Burg Drachenspeer werdet ihr wieder mit den Truppen aus Tiefers und Durchford zusammentreffen und Kela-Archens Kreuzung ein Ende setzen. Egal wie. Ist da nichts anderes? Das war eine sehr kurze Zusammenfassung. Nein, danke. Mögen die Götter euch ihre Gunst erweisen. Möge Timora euch ihre Gunst schenken, Bennu. Ihr werdet irgendjemand, der Bedrohung für diese Stadt an ein Ende setzen kann, seid ihr es. Ihr macht euch jetzt lieber auf dem Weg, es sei denn, ihr möchtet noch etwas wissen. Ja, wir könnten jetzt Ski bei Silberschild verpetzen, aber dafür sind wir zu badisch. Deswegen gehe ich jetzt. Spricht mit Kapitän Corwin an den Haupttüren und seid auf der Hut. Außer dem Kreuzung werdet ihr vermutlich noch weitere Gefahren auf eurer Reise nach Norden begegnen. Spricht mit Kapitän Corwin an den Haupttüren. Ich werde mich im Handum drehen, darum kümmern. Hier steht an der Hand Leute rum. Oh, da ist Viconia. Aber reden wir mal einer nach dem anderen mit den wichtigen Leuten hier. Ihr braucht nur zu viele feine Wäsche. Seid gegrüßt, Buenauer. Falls ihr Vorräte für die Reisebedürftet habt, kann ich euch versorgen. Für angemessenen Preis natürlich. Ähm. Gut zu wissen, ich bin sicher, wir sehen uns wieder. Falls ihr während der Reise nach Trafenspiel irgendwas braucht, kommt zu mir. Ich werde dann sehen, was ich tun kann. Oh, ihr seid es. Braucht ihr etwas? Ich suche nach Waffen. Hauptsächlich habe ich Waffen, Instrumente der Gewalt und Mordens, wer jetzt das ist, was ihr wollt. Ich habe viele feine Wäsche. Zeigt mir die Rüstungen. Leder, Beschützer der Faust, aber auch nichts Besonderes. Habt ihr ein Problem mit mir, Sir? Ich suche den Quartiermeister. Und ihr habt ihn gefunden. Was für ein Glück braucht ihr sonst noch etwas? Ja, irgendwelche besonderen Gegenstände. Feuerschutzrobe, Schutzumhang. Ah, wir könnten aber hier Zeug verkaufen. Zum Beispiel den Tag der Klarheit, den brauchen wir nicht. Was könnten wir hier verkaufen? Ich habe fünf Gegengifte, das ist alles. Noch ein Tag der Klarheit. Feuerschutztränke könnten wir verkaufen. Ah, verkaufen wir auch das Schnelligkeitsöl. Den Wein will ich mal nicht verkaufen. Ach, ein Regenerationstank, der kann auch weg. Konzentrationstränke nicht unbedingt. Hier ist sonst nichts, was wir verkaufen könnten. Den Zweihänder können wir verkaufen. Schutzumhang. Kampfstab plus eins. Hier oben. Hat sie noch was zu verkaufen? Weißene Pfeile können wir verkaufen. Können wir auch ebenso gut die Säurepfeile verkaufen. Machen wir mal Ordnung hier. Ja, also das sind Pfeile des Zauberbruchs. Die behalten wir. Pfeile plus eins. Können weg. Die ganzen Feuerpfeile. Ja, Säurepfeile plus eins kann weg. Pfeile durch Bogen, der kann auch weg. So, das reicht an Pfeilen für sie. Wir haben ja hier noch. Ach, auch noch Pfeile plus eins, die weg können. Feuerpfeile. Pfeile plus zwei. Dann kann ich ja einen Stack Feuerpfeile bei Minsk reinpacken. So, das wird langsam. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Reden wir mal mit den weiteren Leuten. Hier zum Beispiel. Hallo. Hallo, seid ihr der Held von Baldur's Tor? Habe ich recht? So sehen sie mich wohl, obwohl ich mich mit dem Teele nicht wohlfühle. Ich bin kein Held. Nur eine Person, die am besten ist, gibt nichts weiter. Ja, bin ich. Ich bin Raphus Goodtree. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen, wer der Herr. Und es wird noch eine größere Ehre sein, an eurer Seite gegen die Strahle damit zu kämpfen. Schließt ihr euch uns also an? Ich könnte ein Schwert für das Eure gut gebrauchen. Leider habe ich zugestimmt, Korpel Danke zu dienen. Aber ich kümmere mich gerne um jeden eurer Gefährten, der guten Herzens ist. Solltet ihr sie aus dem Dienst entlassen und später benötigen, findet ihr sie in meiner Nähe. Viel Glück, Held. Ich habe einen Paladin getroffen, der im Dienst in der flammenden Faust steht. Ja. Immerhin weigert sich, mit mir Kellerarchen gegenüber zu treten. Ich habe erfahren, dass immerhin es vorzieht, unter dem Schutz der Großherzigen beides tot zu bleiben, während sie die Kunst der Magie studiert. So sei es, umso besser für mich, wenn sie mich nicht auffällt. Raphos, guten Baum, ein edler Paladin, der uns auf dem Marsch und Norden begleitet. Der sammelt all die gute Herzigen Gefährten, die ich aus meinem Dienst entlasse, damit ich sie später schnell wiederfinde, wenn ich sie brauche. Auch gut. Das ist also eine große Held von Baldur's Tor. Sieht nicht nach viel für mich aus. Lasst uns gehen, durch jeden Moment, den wir verstreichen lassen, verdirbt Kellerarchen Kitzerei neue Herzen. Vielen Dank. Okay. Bye.